Gleich werden Sie sehen, wie ein kleiner Junge träumt, was für fantastische Abenteuer auf ihn warten, im neuen Euro-Disney-Vergnügungspark Frankreich, in der Nähe von Paris. Er brüllte vor Freude und hüpfte nach Hause. Und Pooh sagte, Hurra! Endlich sind wir wieder alle beiseite. Lieber und Paul! Paul, schläfst du? Oh, guck doch da unten! Er sieht fantastisch aus! Die Vögel! Peter, Paul, Wendy, Elefanten! Wundervoll! Oh, Doppel! Ja, tatsächlich! Schau doch, Karl! Hast du gesehen, wie der Elefant fliegt? Ich glaube, uns erwarten noch viele Überraschungen nach Zimmer. Komm zurück, Doppel! Oh, was macht's noch? Puh, sieh doch nur! Wow! Oh, my God! Hallo! Willkommen! Willkommen! Koffie! Viel Spaß und Freude gesehen! Danke! Für dein Dich im Paradies! Guck doch! Hast du gesehen, Schatz? Na, gefällt euch? Okay! Hallo! Darf ich dir meine Freunde vorstellen? Das hier ist Chef. Bombeer. Tag, Bombeer. Dies ist Happy. Und das hier sind Hatschi, Schlafmütz und Bimpel. Und Zettel. Wie nett wüsste ich. Oh, ist das süß! Ja, wir lassen aus! Alles anschnallen, Leute, und auf geht's! Wooh! Oh, wir fliegen weg. Können wir bald wiederkommen, Party? Wir fliegen noch nicht weg, Schatz. Es gibt noch so viel mehr zu sehen. Hey, sieh doch nur. Aufstehen, junger Mann. Hast du schön geträumt, mein Kleiner? Ja. Euro Disney. Ein Traum wird wahr. 1992. Untertitelung des ZDF, 2020